So Leute, wenn ihr diese Video seht, dann bin ich im Urlaub und deswegen kommen keine Videos, weil ich eigentlich Videos habe, aber ich bin ein extrem fauler Mensch und ich möchte, ich möchte diese Videos nicht vollschalten. Doch vielleicht schalte ich ein paar Videos frei, das gucke ich, die meine Laune jetzt gerade war, also wenn keine Videos kamen, dann kommen auch die nächsten zwei Wochen keine, ich bin nämlich bis zum 31. weg. Komm am 1. August wieder, ne, bis dahin bin ich dann halt im Urlaub, es kommen keine Videos, weil ich habe Feiernblendet fertig aufgenommen, dachte mir dann so, ne, jetzt keine Lust ein neues Projekt anzufangen und dann zwei Wochen lang nichts zu machen. Aus dem Grund, ähm, einfach, es ist, ja, es kommen keine Videos, Leute, findet euch damit ab. Das hört sich so assig an, aber so ist es. So, und das zweite, ne, weil ich lade das Video heute hoch, ne, weil, heute, ihr wisst, jetzt, ich nehme es aber nicht heute auf. Ich habe es aufgenommen vor ein paar Tagen, aber es kommt jetzt, weil ihr es jetzt seht. Und, ähm, jetzt an diesem Tag hat der Emperor Geburtstag, alles Gute Emperor und, ähm, ja. Wie alt ist der Emperor geworden, das müsst ihr euch selber sagen. Vielleicht geht das so aus rechtlichen Gründen nicht, dass ich das hier verraten darf, aber, ähm, Hab einen schönen Tag, genieß den Sommer, hoffentlich scheint die Sonne. Und, das war's dann von mir. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus.